So, hallo und herzlich willkommen, ich bin hier gerade mit dem FIBU. Wir testen eine Map an, die ich im Workshop gefunden habe, die ist vom CrashZ, das ist auch ein YouTuber, der mir auch geholfen hat, mit meiner A-Map da ein paar Probleme zu fixen. Und zwar hat der eine One-on-One-Map gebaut, aber nicht so, wie man die kennt, sondern die ist in so einem, boah, ich weiß nicht, wie das heißt, Beat'em'up, Beat'em'up-Style. Also ich kenne das von früher, so ein Dragon Ball Z-Spiel hatte ich mal für die PS2, wo du dir so gegenüberstehst, so 2D-mäßig. Tekken geht doch auch in die Richtung. Ja, genau, eben dieses Beat'em'up-Genre. Ja, aber deswegen hat er Chicken vielleicht auch mit 2K geschrieben, von Tekken her. Ja, das kann gut sein. Ihr werdet jetzt sehen, worum es geht. Die sah ziemlich witzig aus im Workshop, wir haben die noch nicht gespielt. Es geht wohl darum, dass du ein Chicken bist, dein Gegner hast und du spielst 1 gegen 1 und musst den anderen halt wegmachen. Ihr werdet es jetzt sehen, ich mach mal Start Local Server. Die Steuerung ist relativ simpel. Mit W springt man, mit S guckt man sich, A und D links nach rechts eben. Mit Maus 1 gibt es eine Attacke und mit Maus 2 hat man eine Spezialattacke, die aber nur funktioniert, wenn man 100% Rage aufgeladen hat. Die Map ist noch in der Beta, wie ihr seht, und der hat auch noch eine To-Do-List gepostet. Links zu der Map in der Videobeschreibung, der will noch ein paar andere Sachen machen, wie Kombos, also noch Basic Fight Mechanics, mehr Animationen, Charaktere mit verschiedenen Abilities. Hört sich ganz gut an. Wir wollen mal gucken, wie das jetzt in der Beta sich schon mal spielen lässt. Ich geh mal CT. Ach du Kacke. Game starts when both players are ready. Ich muss noch connecten. Ja, ich glaub ich muss Volume ein bisschen runterbringen. Okay, du kannst hier ein Hühnchen auswählen, glaub ich. Oder? Aber ich kann hier nichts machen mit... Ah, jetzt. Ah, mit AD, okay. Ja, können die irgendwas anderes? Oder du musst das grüne Hühnchen nehmen. Ja, ich nimm das grüne Hühnchen. Dann nimm ich das, ich nimm das rote dann. Dann sieht man's besser, okay. Wie, mit der Ligen was? Äh, W, okay. Ja, okay. Chill. Chicken. Haha. Lass mal noch nicht boxen, lass erst mal gucken. Also wie ist es? Jumpen? Okay. Okay. Ducken? Lol. Okay. Warte, ich mach mal eine Attacke, okay? Ja. Achso, dann pick man nur, okay. Achso, und das Rage-Ding ist der rote Balken wahrscheinlich da drunter, ne? Ja, ja, genau. Das ist das Radar da vor. Und wie lädt man den auf? Ein bisschen. Äh, mit Attacken wahrscheinlich, denk ich mal. Ja. Also ich hab kein Radar, bei mir ist alles safe. Okay. Aber ich leck wie scheiße. Ich ruckel wie Sau. Alter, ich... Das wär gern auch mit der Animation. Ach, ja, fuck. Wow! Hä, du hast ein Backflip gemacht. Ja, mach mal, lauf mal zurück und drück mal Attacke. Ja, aber vorwärts geht das nicht. Und Backflip. Hahaha. Ich mach dich weg. Fuck, dein Rage ist da. Ich hab Rage voll. Oder? Und jetzt rechts, Rage-Attacke. AAAAAAA! Fuck! Die weiß... Hä? Hä? Hä, was passiert hier? Ja, 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 ja. Ey, ich bin down, fuck. Ich chill dir Kopf über. Fight. Aber wir hatten halt beide Rage zeitgleich voll irgendwie so. Ich weiß halt nicht, was das Ducken macht. Warte mal, ich duck mich mal vor dich und dann versuch mal, mich zu attacken. Ob du mich dann treffen kannst? Nee. Okay. Dann kannst du ja eigentlich so machen. Achso, du kannst aber auch runterdrucken. Ja, ja, jetzt bin ich's. Jetzt bin ich's noch. Äh! Fuck, hä? Hattest du Rage schon voll? Jetzt bin ich's. Ich mach dich weg! Hä, mein Rage geht nicht durch! Hä? Ja, 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 ja. Ich konnte meine Rage-Attacke nicht machen. Hast du die gedrückt gehalten oder so? Fight. Hast du Rage gedrückt gehalten, damit die geht? Nee, einfach nur einmal gedrückt. Das ging grad nicht durch bei mir, Ingen. Durch Rage? Wieso leuchte ich so rot? Achso, weil ich fast am Gewinn bin, oder was? Warum hast du den Rage schon voll, obwohl die Runde grad neu angefangen hat? Ist ja ein Prank. Behält man, glaub ich, oder? Fuck! Komm, Hütte, nein! Ich treff dich nicht! Nein! Wollte auch mit einer extra Kammer fasten. Und das ist ja geil, dass die Arzten da draußen nicht abfeiern. Echt schon ultra cool gemacht. Ja, wenn du da echt noch so richtige Kombos hast und so. Ultra der Kran. Ich nehm mal ein anderes. Ultra der kranke Hahnenkampf, Mann. Ja. Ich nehm mal Standard Chicken. Und man nochmal grün, das war's. Chicken. Chicken. Fight. Und los. Das ist so geil. Und du abusevoll die Crouch Mechanic. Fack. Und weg. Und rein! Aber ich kann nicht über dich rüber. Ja, muss man da noch aimen oder so? Nee, ich glaub, du kannst einfach nur nicht, wenn du zu nah dran bist, funktioniert das nicht so gut. Ja, 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 ja. Aber mein Rage ist voll. Oder? Noch nicht ganz. Fight. Und noch einmal hinten. Wer soll jetzt rechte Maustaste? Oh! Das ist noch ein bisschen zu wenig Schaden, oder? Fack, du hast jetzt Auffall. Komm, backflippe. Oh jawoll, ich bin ausgewichen, oder? Einen hab ich, glaub ich, gehittet. EIN! Ja, 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 ja. Oh, so knapp, Alter. Ich bin too much. Aber jetzt hab ich direkt den Ficker hier. Fight. Ach, du Kacke. Hä, kann man da doch aimen? Ich weiß nicht. Ja, 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 ja! Ja! Das war gut. Scheiße! Komm, du reingewichst das auch. Hä, warum hittest du denn so? Was rückst du denn? Hä? Too much! Warum hittest du so viel mehr? Ich spamm die ganze Zeit linke Maustaste und ich hitte irgendwie nix. Oh, guck mal, ich kann mich noch bewegen. Wohin? Einfach auf dem Rücken. Warte, ich nehm mal das umrandete Chicken. Mal gucken. Vielleicht ist das... Ich nehm jetzt mal das Brote hier. Chicken. Chicken Fight. Oh, ja, ja, ja. Das sieht ja richtig krank aus. Holy shit. Ich hab schon verloren. Spammst du einfach nur? Oder drückst du auch ducken dabei, oder was? Duck manchmal ein bisschen dazwischen, ja. Aber... Na ja, 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 jetzt bin ich da mal. Scheiße. Ich pick... Hä? Oh, guck mal, du hittest viel mehr. Und ich hab noch ne Rage voll. Ja, wir beide. Fight. Und direkt. Aua. Fuck, ich glaube, ein bisschen kann man das doch steuern. Ich glaube, man kann es überhaupt nicht steuern. Ja, ja. Oh, ich finde... Das war eigentlich dumm. Nein! Oh, so gewastet. Fuck. Das war ultra gewastet gerade. Ah, fuck. Du kannst eigentlich... ...lein und einfach rein spielen. Ich kann... Pick rein. Ah, jawohl. Ich hab immer... Ich hab immer einen Rage-Erfolg. Beide. Fight. Nein. 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 Das ist so krank. Ich pick nur rein. Jetzt. Nein. Oh, ich hab auch noch. Oh, jetzt geht's. Fuck, wir haben beide gleich... Fight. Gleiches ja links. Nein. Jetzt kommt... Oh, fuck. Nein. Ich hab das verkackt. Jetzt, komm. Rage rein, du wichst das auch. Nein. Ja, ich bin dauer. Oh, no, 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 no. Ja. Wow. Also, das war ultra knapp. Aber das schwarze Chicken ist es. Ja, das ist krank. Das ist eigentlich echt die ultra kranke Idee. Auch wieder, keine Ahnung, wie man sowas umsetzt. Aber wie steht es jetzt overall? Äh, ich glaub 2, 1. Ja, machen wir... Äh, first to three. Also best of five, ja. Aber ich bleib mal bei dem Blacky. Da muss das grüne, glaub ich, wieder sein. Hä? Fight. Irgendwie legen die manchmal. Ja. Ich frag mich, wie der das gemacht hat. Weil irgendwie müssen ja die CSGO-Models da inbegriffen sein, die im Hintergrund rumlaufen. Alter, what the fuck? Jetzt gibts. Jawohl, guter Hit. Ja, ja. Das war zu much, ich bin down. Irgendwie hast du mir viel mehr Schaden gemacht, die Runde. Aber ich hatte schon den Rage, weil irgendwie... Fight. Ich weiß halt auch nicht, ob man da... ...wecmoven kann oder so. Fuck, 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 fuck. So, jetzt zurück. Okay, yo. Nein. Ah, scheiße. Apple Ranger. Fight. Das ist so schlecht. Ich hab mal mit rein. Oh, das ist der Kaffee. Komm, komm. Zieh, 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 zieh. Ich hab halt eine Kraft. Yeah. Ich hab halt eine Kraft in den Finger bekommen, oder? Das ist too much. Fight. Wenn du Rage hast, kannst du eigentlich am Anfang direkt reindrücken, weil der trifft dann safe halt. Da move ich dich aus. Und rein. Nein, ich bin hässlich und tot. Du wirst jetzt 2-2, Alter. Jetzt, du hundern. Ich bleib bei meinem Schwarzen, das ist... Da hab ich schon eingeloggt. Chicken. Fight. Puh. Warte mal, kann man nur rückwärtssalte machen, wenn man hochspringt? Ne, leider nur, wenn man am Boden ist. Ich find das geiler, wenn du noch über deinen Gegner so rüberspringen könntest und den dann von der anderen Seite wegboxen könntest noch. Also kannst du immer nur in eine Richtung machen. Ich drück grad mit beiden Fingern. Komm, 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 komm! Nein! Nein! Also scheiß Nippel, 1 HP. Boah, ich kann nicht schneller drücken. Das bin ich, das muss ich rein. Nein, wieder so knapp! What the fuck? Oh, eine Runde ist noch. Fuck, ey, jetzt muss ich aufhören. Ich krieg ultra den Krampf in den Fingern, Alter, das ist zu krank. Komm Junge, ich bin viel weiter vorne, Mann. Das muss ich sein! Nein, ich kann nicht mehr drücken, Mann. Das ist so gestört. Fuck! Und direkt rein. Oh, das war unschränkt! Ja! Nee! Nein! Jetzt hab ich nen Vorteil, jetzt hab ich nen Todes-Rater. Ja! Yeah, fuck! Und rein! Jawohl, gut hits! Gut hits! Kann ich dich verdollen! Da hol ich mein Rage ab! We skip it! Ja! Boah! Das Ding ist weg! Eieieiei! Echt cool! Ja, wenn der da echt nur ein paar mehr Mechanics reinpackt. Ja! More Animations ist cool! Solid Basic! Fight Mechanics! Combo ist das natürlich ultrakrank! Aber wenn das geht, das könnte echt richtig witzig werden. Das würde ich dann auch mal öfter spielen. Ist halt so auch schon eigentlich... Ja! Zwischendurch einfach ziemlich witzig! Characters with different Abilities ist auch geil! Multiple Levels, Backgrounds to choose from. Du kannst halt echt einfach in Counter-Strike komplettes andere Spiel einbinden. Wenn du da nen Raph vorne hast beim Hammer-Editor. Das ist halt echt krank! Das ist echt ultra cool! Das ist sogar besser, als ich jetzt grad dachte, wo ich die Screenshots gesehen hab. Ja! Aber gut, Crash-Z hat halt auch einen Aff. Jo, die kriegt auf jeden Fall einen Daumen hoch von mir die Map. Wenn ihr die mal abchecken wollt, Link, packe ich euch wieder in die Videobeschreibung. Könnt ihr mal callen, wie ihr das findet. Oder wie ihr das findet. Das könnten wir halt auch echt mal so ein Minitun in mir machen eigentlich. Das ist vielleicht auch geil für nen Stream. So ein chicken 1 gegen 1 gegen Zuschauer. Das ist so ein ganz schnelles Ding. Und wenn der Zuschauer mich snackt, kriegt er halt irgendeine Skin oder so. Das kann man halt eigentlich echt machen. Das ist echt gut. Das ist halt nix, was so ewig lange ist wie Battle Royale. Da kannst du dann 10 Minuten mal schnell so ein Ding durchziehen und kannst was raushauen. Das ist eigentlich echt geil. Ja. Jo, coole Map. Wirds in Zukunft öfter geben. Hier so geile Workshop-Maps eingetestet. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal!